Suche! Bitte Geduld! Willkommen, Dr. Green! Hier ist Dr. Sebastian Quake. Ich bin mir sicher, auch euch hat die Ankündigung von Frau Cartier Wells tief enttäuscht. Wir waren so nahe daran, den Ursprung der Mutationen aufzudecken. Ich werde daher diese Forschung fortsetzen, um jeden Preis. Er ist total durchgedreht. Der Arzt in meinem Kopf... Bad, wir holen dich hier raus. Seine Schlicht zum Patienten-Transferer. Bitte zurückbleiben. Unbeaufsichtigter Patient im Schmerrgebiet. Was? Hm, nicht gut. Also einmal hier runter. So. Ha. Ach, natürlich, Enforcer. Was denn auch sonst? Und zwar Special Enforcer, wie es aussieht. Oder? Bist du ein Elektrofuzzi oder bist du kein Elektrofuzzi? Ah ja. Ja, du bist ein Elektrofuzzi. So, das war das Erste. Dann ist das hier das Zweite. So, und dann kriegt der hier ne fette... Ohpala, ne fette Kombo ab. Wollte ich gerade sagen. Und dann verkack ich die natürlich noch. So, geht top. So. Ah, von unten ist er schon da unten. Okay, wunderbar. Ja, noch mehr von dem Typen, ey. Äh. Das ist ja nervig. Geht doch mal weg hier. Ganz ehrlich, ey. Ah. Okay, die letzte erste Impressant. Sense and Tarnung. Ähm. Sofort ein Gegner zu überlasten. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ich bin da oben. Und, äh. Nähern Sie sich dem Entforcer von hinten und überladen. Nein, ehrlich. Ich hätte jetzt hier einen anderen gewählt. Von hinten liegt was. Ungefüt, ey. Äh. Sofortdurchsüberladen funktioniert nur am Rücken eines Ziels. Die Unsichtbarkeit dauert 30 Sekunden und endet, wenn Nillen Schaden ausfällt oder eine S-Impressant verwendet. Okay. Äh. Komm. Egal. Nehmen wir die lange. So. Okay. Komm schon, ey. So. Dann ist der weg. Und der geht jetzt nur noch weg. So. Und weg mit hier. Sehr schön. Hallo du. So. So. Schade nur, dass du mir nicht genug Schaden machst. Ähm. Und dass ich den nicht wieder hochheilen könnte. Ansonsten wärst du ein echt effektiver Gegner gegen mich. Aber so wird das nicht. Also die Wersung der Lieber herauszufinden? Sie fing er an. Dann merkte er, dass er sie mit Sansan kontrollieren konnte. Daher das Rückverwandlungsprojekt. Nun legt dieser Irre seine eigene Psyche in ihre Köpfe. Oh, Mann. Eine Quaid-Lieber-Armee. Okay, gut. Wir halten ihn auf, um jeden Preis. Finde die Zelle von Bad Request. Sein Gedächtnis führt dich direkt zu Quaid. Okay. Äh. Motleiter. Strom aus. Warum sollte ich das jetzt gerade wollen? Wobei das will ich wahrscheinlich dann später. Okay. Das machen wir wieder an. So. Also nochmal zur Bad Request Zelle. Ne. Da war ich ja nur gerade eben schon. Oh. Okay. Verstehe. Da komme ich jetzt so gerade nicht hin. Ah. Na gut. Dann auf anderem Wege. Dann will ich hier die Energie wahrscheinlich doch haben. Und woanders einsetzen. Ich weiß gerade noch nicht ganz wo, aber das werden wir schon finden. Äh. Nein. 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 Hier vielleicht. Hm. Das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Vor allem in anderen Betracht der Tatsache, dass hier auch ein Fahrstuhl ist. Wie mir gerade noch einfällt. Gut. Dann. Ah. Brauchen wir für den natürlich auch wieder Energie. Also. Ja. Weg damit. Und gehen damit. So. Dankeschön. So. Wahrscheinlich brauche ich da dann auch wieder die Energie. Also. Hier nochmal rausziehen. So. Und. Hier einsetzen. Genau. Okay. Ich komme Bad. Ich hole dich. So. Äh. Hinter irgendeinem Gitter. Äh. Wahrscheinlich da unten. Ja. Wahrscheinlich da unten. Das passt vom Design her. Okay. Springen wir einmal hier rüber. Und gucken, wie wir jetzt da nach unten kommen. So. Ich bin fast da. Okay. Irgendwo nach unten. Hm. Das scheint mir nicht so. Wobei ich muss ja auch noch nicht hinfahren. Ich muss ja. Äh. Wahrscheinlich dann. Wenn dann erst hier nach unten. So. Genau. Äh. Was soll das? Dann eben so. Hab. Püh. Lass mich doch nicht verarschen ey. Ja. Dann geht's hier hinter lang. Und hier haben wir. Au. Ein Satpatch. Sehr schön. Das ist nochmal zusätzlicher Lebensbalken. Wunderbar. So. Okay. Dann wollen wir hier mal den Strom kappen. Zellensystemkontrolle versagt. Falsche Zuweisungen. Tja. So ein Mist aber auch. Na komm. Nillen. Nillen macht keinen Scheiß. Dankeschön. Meine Fresse ey. Das Mädel ne. Macht nur Unfug. So. Okay. Und dann wollen wir die Zelle hier mal zur Seite schieben. So. So. Wir kommen vorbei. So. Immer schön umgucken. Kannste die. Äh. Einmal nach unten. Okay. Ja. Das sollte so. Gut. Mensch. Oh. Ja. Danke. So. Dann sollen wir wahrscheinlich dort lang. Also fühle ich mich hier erstmal noch kurz um. Ob ich hier noch irgendwo was sehe. Ähm. Natürlich aber nicht. Kamera. Bitte. Also in irgendwelchen engen Stellen ist die Kamera echt zum kurzen. Naja. So. Gehen wir nochmal hier lang. So. Und wollen dann die Zelle nach unten führen. Autsch. Ich geh nicht auf. So. Okay. Dann die Zelle nach unten. Na. Weiter nach unten. So. Rauf hier. Okay. Die Zelle wahrscheinlich nach oben. Damit wir hier durchkommen. So. So. Was haben wir dann hier. Die. Hier lang. Äh. Ja. Sieht gut aus. Okay. So. Dann wollen wir hier rein. Und die. Die Zelle. So. So. Haben wir sie angeguckt bekommen? Einmal unten. So wie. Das ist saßen lieber. Hm. Oh Gott. Was haben sie mit dir gemacht? Naja. Eine gelorene Schwester. Das hatten sie mit dir vor, als ich dich befreite. Das ist krank. Wir müssen es beenden. Extrahiere sein Gedächtnis. Anders geht es nicht. Wow. Okay. Entschuldige, Bruder. Diesmal muss ich ohne deine Zustimmung in deinen Kopf. So leer. So warm. Hm. Es ist nichts von ihm übrig. Nur seltsame Erinnerungen. Sie haben alles von seinem Lock-Up gelöscht. Der Rest gehört nicht mal ihm. Das ist hier das Standardprotokoll. Ich nehme ihn mit. Eine Kapazität unzureichend. Beginne Transfer des Subjekts zur Hygienegrube. BART! Hygienegrube. Klingt jetzt nicht ganz so toll. Ich muss BART da rausholen. Du kannst jetzt hier nichts für ihn tun. Folge den Reminiszenen, die du eben geklaut hast. Sie führen dich zu Dr. Quaid. Ihn musst du stoppen. Hm. Na gut. Also, nichts für den Arm-Bad-Request tun. Sondern, ähm, jetzt wirklich erst mal zum Doktor. Na dann. Merken, dass wir uns, äh, dass wir da die Tür öffnen können. Hm. Da können wir auch was machen, sobald wir Energie haben. Na gut. Also, auch du, ein Gedächtnis-Helfer. Na, natürlich nicht so gut wie deine Freundin Nillen. Aber doch, ein außergewöhnliches Subjekt. Wir isolieren einfach deine Besonderheit. So können wir Memorial Leiden viel besser verstehen lernen. Was haben sie mit ihm gemacht? Wow. Äh, gut. Dazu aber gleich. Ich will erst mal gucken, ob wir hinter dieser Tür irgendwas finden. Weil das muss ja einen Grund haben, warum wir die aufmachen können. Ah, das ist doch hier ein Scaramax. Ich fähr dich doch. Wo bist du? Ach, da. Äh. Geil, das ist so schlecht zu sehen. Auf weißem Hintergrund. So, okay. Tür zu. Und medizinischen Stuhl, äh, Übertragung einschalten. So. Wollen wir doch mal. Bitte gehen sie beiseite. Okay. So. Dieser Stuhl. Und es ist dann jetzt wahrscheinlich helfen, hier durchzukommen. So. Sehr gut. Unter meiner Kontrolle verlässt du den Musestopf deiner Individualität und entdeckst einen Ort, ja. Kognitiver Libra Resonanz. Wirklich zu beneiden. Aha. Zu beneiden, ja. Wow. Irgendwas zu tun für mich, sieht nicht so aus. Zu finden scheint hier auch nichts zu sein, also gut. Dann geht es hier jetzt einmal hoch. So, wahrscheinlich brauche ich noch mal die Energie, also rennen wir noch mal runter. Äh, ah ne, ich komme, oder? Kann mich da noch ran? Äh, ne, komme ich nicht. Na gut. Dann eben nicht. So. Okay, wo haben wir das? Äh, memory deletern. Okay. Dann ist da eine Tür. Und ein Heilungsgedöns. Da solltest du finden sein. Na gut. Ach, komm schon. Na. Alter. Komm schon, mach doch einfach diese blöde Kombo. So, sehr gut. Komm, was zum... Na ja, egal. So. Jetzt ist er noch alleine. So, geht doch. So. Okay, wunderbar. Meine Güte, ey. Meine Güte. So. Memory deletion. Okay, also hier irgendwo. Aha. Hier irgendwo soll noch was versteckt sein. Nur wo. Hm. Erstmal heilen wir uns. So. Okay. Und der Blick war ja hier in die Richtung. Ha. Okay. Na, ich werde erst mal die Rimm-Szene abspielen. So. Da kriegst du ja wahrscheinlich wieder was synchronisieren. Schmerz. Von nun an unterdrücken wir ihn durch direkte Einwirkung auf die Memorial-Wurze. Sehr beruhig. Na. Für uns beide. Okay. Geht's weiter. Ja. Lustig doch, dass ich hier wieder was inklusieren darf. Okay. Okay. Sie machen Gefangene zu Liefern. Und dann Liefer zu Haustieren. Okay. Da kann ich dann wieder einen Stuhl rufen. Dieser Quaid. Was für ein Frick. Wahre Monster sind Anomalien. Und Dr. Quaid ist mit Anomalien gespickt. Dieser Kerl verdient nicht zu leben. Sehe ich auch so. So, nochmal. Ja, gut. Also die Stelle habe ich schon mal gefunden, die hier auf dem Bild gezeigt wird. Ich finde hier nur kein verstecktes Item irgendwo. Mal gucken, wenn ich hier die Tür öffne. Ob hier dann was drin ist. Ah. Okay. Dieser Fokusboost war gemeint. Gut. Weil mehr ist hier nicht drin. Was anderes kann also nicht gemeint sein. So. Tür wieder zu. Und dann wollen wir doch mal... ... uns hier noch einen Stuhl holen. So. Na denn. Ah, du fährst hier lang. Okay. Dann fahr mal. Okay. So. Okay. Ich dachte schon, da würde mir jetzt wieder hier anzeigen, ich würde im Weg stehen. Was der Unsinn ist. Ich stehe hier nicht im Weg. Hier könnte ich jetzt im Weg stehen. So. Okay. Dann prüff mal, ob ich hinter dem Stuhl stehe. Ja. Tu ich. Danke. So. Oh. Hi. So. Hopp. Und hopp. Okay. Dann geht der noch weg. So. Und dann mal hier noch einen langen Kombo. So. Und weg mit dir. Was? Das reicht nicht? Wow. So. Jetzt aber. Meine Güte, ey. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das nicht reicht. Na gut. So. Okay. Hier noch eine Reministration. Szene. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte geduld. Hm. Hm. Testsubjekt Nummer 84. 217. Katalogisiert. Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Äh. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Was? 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 Was ist das? Du sagst, ich darf hier jetzt einmal außen rumrennen. Testsubjekt wird katalogisiert. Na. Ich wüsste mir aus dem Weg, du blöder Roboter. So, die Nummer 84. 217. Bad request. Gedächtnisjäger. bacteria geniehlicht. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. So. Nehmen wir hier den Strom raus. An das Laborpersonal. Folgt nicht Dr. Quades irrer Vision. Du entscheidest hier gar nichts mehr. Sebastian, hör zu. Rückverwandlung ist eine Sackgasse. Das weiß ich nie. Den kaputten Gehirnen dieser Menschen eine Persönlichkeit einzimpfen, war nie eine echte Lösung. Wenn ich jetzt aufhöre, ziehen Tausende von Leapers zum Ursprungszustand zurück. Rekonvertierung. Wir müssen das stoppen. Halt! Was war das? Objekt Nummer 84178, Nilin, Erroristin. Transfer genehmigt. Okay. Ich darf hier auf jeden Fall durch. Schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Oder? Schauen wir da jetzt? Nein, wir schauen morgen. Ähm, ja. Finde ich gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Ähm, ich hoffe ihr hattet Spaß an der Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. ха. für